Kapitel 2, das alte Lied. Ja, hey ho und schmerzlich willkommen hier und willkommen zurück eventuell zu Bendy and the Ink Machine. Ein zweites Kapitel jetzt und ich bin immer noch ganz fertig, weil wir hier beim letzten Mal noch irgendwie zusammengebrochen sind, zusammengeschlagen oder wir hatten irgendeine Vision. Jedenfalls starten wir jetzt schön in das zweite Kapitel und was soll ich noch großartig sagen. Habt viel Spaß Leute. Prima, meine Axt ist wieder da, dann kann es so schlimm nicht werden. Gucken wir mal, was das zweite Kapitel hier für uns bereithält. Hallo. What? Können wir das mal lassen? He will set us free. Okay, er wird uns befreien. Wer, der Bendy? Macht keinen Unsinn. So, es ist wirklich Bacon Soup. Jetzt haben wir es auch mal genauer gesehen. Ja. Ja, Henry kann sich nicht mehr erinnern. Das ist auch 30 Jahre her, dass er zuletzt hier war. Und hat sich ein bisschen verändert. Aber die ganze Geschichte hier. Sammy Lawrence. Ich weiß nicht, dass er sich nicht mehr erinnern ist. Ich sagte, kann ich ein Amen bekommen? Sehr mysteriöses geht hier vor, in diesen Joey Drew Studios, wie das ganze Gebäude hier heißt, habe ich euch ja auch in der ersten Folge schon ein bisschen erzählt, die Hintergründe, einfach mal angucken, lohnt sich auf jeden Fall, ne? So, durch den Schlick muss ich jetzt hier, hallo, bist du wohl still? Du kannst ihn doch nicht rufen, ich habe mich voll erschreckt, du erkennst ihn doch nicht, aber wir haben eine Axt, okay, noch mehr von der Suppe, ich nehme die mal mit, ich weiß nicht warum. Boah, die kann man alle mitnehmen, ne? Glücklich. Hahaha, was ist das denn hier noch? Blinkt so verdächtig. So, da oben komme ich aber irgendwie nicht gut ran. Doch. Ich weiß nicht, sollen wir die alle mitnehmen? Ich finde das halt so wirklich, äh, verdächtig. Vielleicht ist das halt auch nur eine Errungenschaft oder so, die man auf Steam bekommt oder sowas, das ist, ah! Ist mir persönlich nicht so sehr wichtig, aber können wir mitnehmen, ah, unheimlich. Leite die Energie zum Tor um, finde drei Schalter, gut. Wir versuchen es zumindest, aber ich habe doch hier gerade diesen Kasten gesehen. Jetzt ist das nämlich aktiv, aha! Hat das denn was bewirkt? Ja, oben leuchtet die Lampe jetzt dauerhaft, deswegen war das wohl richtig. Und ich habe vorne nochmal von diesen Kästen welche gesehen, da an diesem Altar. Auf dem provisorischen. Ja. So, Nummer zwei. Ne, ich glaube da oben war hier nicht noch irgendwo was. Hier. Drei. Öffne das Tor. Ja super, machen wir sofort. Bloß weg hier. Entschuldigung. Gib einem Vorbudler keine Axt in die Hand. Genau, drei Lampen leuchten. Wir gehen mal ein bisschen in Deckung. Ist cool gemacht, oder? Ja. Ich denke, ich gehe hier einfach mal rein. Das, äh, ja, ist dunkel hier, stimmt. Die Musikabteilung haben wir jetzt hier. Ein Tor, ein Kastenrecorder. Semi-Normal. Der beschwert sich auch über die Tintenmaschine, die dann auch kaputt gegangen ist. Macht alles dreckig, überschwemmt alles. Ja. Ja, das ist wohl der Komponist hier, der Sammy. Für diese ganzen Trickfilme und, ähm, beschwert sich dadurch, dass der hier so viele Maschinen so installiert, die ihn dann so ablenken und dauernd kaputt sind. Und so hieß eine Treppe. Ach so, da müssen wir, lege das Treppenhaus trocken. Finde die Pumpensteuerung. Das ist also unser Ziel hier, schätze ich mal. Das ist doch hier schon ein Knopf. Was macht er denn? Ich glaube, passiert nicht viel. Gut. Okay. Was? Ah! Was? Ach! Angst! Lasst euch keine Angst einjagen. Ne, boah, 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 boah. Das sind die Tintenflecken, die jetzt hier irgendwie lebendig werden, oder was? Hallo, kannst du das... Ah, boah. Ich glaube, ich spinne hier. Ich würde sagen, sind die jetzt relativ einfach zu erlegen mit den, oder erledigen mit den, mit der Axt, ne? Da ist, glaube ich, noch einer. Oh, boah, ich bin erschreckt. Da geht auch gleich die Musik an. Das ist ja so ein Horror hier. Billard! Ein Billardtisch. Gleich viel freundlicher, und pass auf. Äh! Hahaha! Okay. Das muss man sich ja falsch machen. Hab ich die jetzt mit der Kugel kaputt gemacht? Oh. Peinlich. Ah! Ah! Ein bisschen, ein bisschen gummihaft, die Bälle. Ja, komm, das schaffen wir aber, ne? Geht nicht! Komm, ich will mal eine Kugel versenken. Muss doch möglich sein, ne? Können wir doch schön antatschen da an der Ecke. Geht einfach nicht gut. Normalerweise bin ich ja völlig der Pro-Billiardspieler, ne? Ja, komm, lassen wir das Experiment machen. Wir machen lieber mal weiter. Jetzt ist die Musik auch ausgegangen. So, was sind wir hier? Ach, da unten haben wir so ne Konzertbühne, oder was? Aha. Norman Polk. Oh, okay. Okay. Das ist hier halt auf der Aufnahmeleiter wohl offenbar. Der sich über den Sammy wundert, den Komponisten. Der ständig so Aufnahmen unterbricht, um dann da hier irgendwie am Projektor rumzuspielen, runterzurennen. Das könnte für uns halt irgendwie auch ein Hinweis, man muss immer aufpassen bei diesen Texten hier in dem Spiel, äh, dass man die, äh, nicht, äh, wegklickt. Ja, das gehört dazu. Finde ich auch übrigens sehr gut gemacht. So sollte man wirklich... Hier ist doch jetzt das Tor aufgegangen. Aber ich wollte mir den, äh, Aufnahmeraum hier vorne mal anschauen. Also in den Texten verbergen sich auch Hinweise, äh, was man so eventuell zu tun hat. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Wir haben auch Instrumente hier. Oh, ich... Oh. Hihihi. Plong. Bom. Hihihi. Oh. Bom. Okay. Aufnahme. Das ist wohl irgendwie die Gesangskabine. Nochmal ein Tor. Susie Kimble. Susie Kimble. Aber ich kann schon sagen, ich werde es hier lieben. Die Leute sind wirklich mein Alice Angel-Voice. Sammy sagt, sie könnte so populär sein wie Bendy someday. Die letzten paar Wochen habe ich alles ausgetauscht, von Tops und Schäden, zu Tänz und Schäden. Aber dieser ist der erste Charakter, der ich wirklich eine Verbindung hatte. Sie ist ein Teil von mir. Alice und ich, wir gehen und spielen. Aha. Susie ist also die Synchronstimme für eine Alice. Für einen Charakter Alice. Alice Angel. Und, ähm... Sie fühlt sich hier auch sehr verbunden. Ist schon eins geworden mit diesem Charakter. Wo sie sonst auch schon mal so Stühle und so vertont hat. Und sowas. Sprechende Stühle, ne? So, jetzt gehen wir hier den neuen Gang lang. Den Gang lang. Da flackert es. Kommen wir aber nicht rein. Das ist alles voll Tinte. Das ist die Krankenstation. Gut. Eine Orgel. Voll der Horror, ehrlich. Hallo. Ein Büro? Außer Bacon Soup ist hier nichts zu holen, glaube ich. So. Und hier? Ah. Hm. Okay. Es ist Zeit zu glauben. Was ist das Sammy, ne? Ist irgendwann abgetickt, glaube ich. Welly? Ups. Okay, da hat wohl der Hausmeister, keine Ahnung, seine Schlüssel verloren. Schrank. Meint er das hier? Tatsächlich ist abgeschlossen. Er hat was von Mülleimern erzählt. Hier ist nochmal ne Stempelmaschine. Also suchen wir mal hier irgendwelche Mülleimer. Was meint er diese Papierkürbe hier vorne? Pass auf, jetzt werden wir hier wieder so erschreckt oder so. So, hier ist keiner. Da vorne. Ah, aufpassen mit den Tintenflecken. Die können ja jetzt, wie wir wissen, zum Leben erweckt werden. Okay. Ist alles friedlich. Da ist noch einer. Ist aber nix. Mülleimer sind ja nur so Papierkürben. Ob das... Ach. Schlüssel. Leute, es läuft. Wir kommen hier bald raus. Vielleicht nicht ganz so bald, aber... Wir sind auf einem guten Weg. Dann machen wir mal den Schrank hinten auf. Den Wandschrank. Bisschen komischer Wandschrank, ne? Der sieht aus wie ein ganz normaler Raum. Zack. Und, was haben wir hier? Geige. Geige. Okay. Gut. Ja. Geige Benio. Geige Trommel. Ne? So war es doch. Pass auf. Dann... Ja, wir sollen das Lieblingslied spielen. Dann würde sich... Äh... Sein Sanctuary öffnen. Ich weiß, dass es etwas ist, was ich hier tun muss. Ich fühle mich, dass ich etwas missbrauche. Also Geige zupfen. Benio zupfen. Nochmal Geige zupfen. Und auf die Pauke hauen. Und da mal schauen, was passiert. Ich meine, es müsste ja hier weitergehen. Aber das macht doch Sinn. Ähm... Erinnert euch hier vorne an die Geschichte von wegen... Tintenflecken aufpassen. Ich glaube, wir müssen den Projektor starten. Und dann runterrennen. So wie das hier in diesem Audio-Lok da erklärt ist. Machen wir mal den Film an. Rennen runter im Affenzahn. Ich renne jetzt auch. Das ist das Renntempo. Schneller geht's nicht. Geige. Benio. Ich kriege auch nur einmal drauf, ne? Weil ich denke, das löst sonst doppelt aus. Und die Pauke. Wow, es hat geklappt, oder wie? Tatsächlich. Ja, sehr gut. Sehr gut. Also das ist der Trick. Das Audio-Lok hinten lesen. Im Wandschrank. Um herauszufinden, welche Instrumente man zupfen soll oder bedienen soll. Und dann den Projektor starten und während der Film läuft, das dann durchführen. Und dann kommt man wohl weiter. Hier in die Instrumentenkammer. Fluss. Finde das zweite Ventil. Puh. Wo könnte denn das zweite Ventil sein? Aha. Habt ihr gesehen? Ey. Hör doch mal auf, Mensch. Was? Hör. Oh, bin ich verletzt. Bin ich verletzt. Boah, was haben die das clever gemacht? Einen hier so abzulenken. Komm, du kriegst jetzt auch einen drauf. So. Wer hast du davon? Da ist noch einer. Einen so ablenken und dann vergisst man die Tinten, Leute. Boah. Boah, ich dachte, wir kommen nicht mehr raus hier. Mann. Äh. Okay. Kurz durchatmen. Wir sollen doch. Hier war doch noch was. Äh. Genau, diese Krankenstation. Genau, die haben wir trockengelegt. Gut. Dann geht es hier weiter. Ach, komm her, du. Na. Schiebsongs. Okay. Ist das Schalter? Hier fehlt uns das Ventilrad. Kann ich das denn hier schon irgendwie verwenden? Das geht jedenfalls schon. Das ist die Krankenstation hier, ne? Ganz klar. Lesetest. Oder Seetest. Bett. Laufen wir einfach mal weiter. Hier unten sind wir alles Sünder. Das habe ich nicht gesehen. Hat er das Ventil gehabt? Ich will hier nicht so durchlaufen. Komm ich da nicht hoch? Doch. Jack. Er liebt die Stille. Die Nase geschlossen halten. Ja, er hat sich hier das, äh, wie der Liedtexter und Komponist irgendwie auch. Und er hat sich hier in die Kanalisation zurückgezogen, um seine Ruhe zu haben. Weil oben ist so viel los, ne? Die ganzen Maschinen, die ganzen komischen Bändis. Hallo, da ist der Typ wieder. Hey. Was machst du denn da überhaupt? Also der, der haut immer vor uns ab, glaube ich, ne? Ich habe ja eine Axt. Ich habe keine Angst vor dem. Da ist er wieder. Hier ist ein, hier ist ein Knopf. Ist noch ein Knopf? Hey, wo ist der hin? Da hinten. Sorry. Der hat wirklich unser Ventil. Netter Hut. Okay, ja gut. Ja, das hat ja toll geklappt. Ich glaube, wir haben unser Ventil und können zurückrennen. Die Schäfchen kommen zum Schlachten. Ich glaube, hier ging es wieder raus. Ach, die Kanten sind irgendwie fies. Da komme ich nicht so hoch mit meinen klobigen Füßen. So, jetzt sind wir doch schon da. Dann können wir das hier gleich wieder einsetzen. Und verwenden. Kehre zu Samis Büro zurück. Samis Büro war... Ach ja, hier oben. Ja, ja, stimmt. Da muss man ja noch rein. Am Wandschrank. Ja, jetzt ist hier nämlich alles frei. Wir können hier durch. Schön. Pumpensteuerung. Nimm die Treppe. Das ist die Treppe, die wir ganz am Anfang gesehen haben, als wir hier reinkamen in diesen Bereich. Dann nehmen wir die Treppe. Ich hoffe mal, wir werden das ohne weiteres erreichen können. Ohne die Tintenleute hier. Nicht wahr, ne? Nicht wahr, ne? Da geht's jetzt, schön und kalt. Wir würden nicht unsere Hände wegwerfen, würden wir? Nein, wir würden nicht. Ich muss sagen, ich bin... ...hörig, dass du hier allgemein kamst, um mich zu訪eln. Was hat der vor? Ich muss ihn mir bemerken. Mhm. Bist du Sammy? Du schaust mich an. Das Gesicht. Nicht jetzt, denn unser Herr klingt uns zu uns, meine kleine Hände. Die Zeit des Verbrechens ist in der Hand. Und dann werde ich endlich von dieser Prisition befreit. Dieses inke, dunkle Abiss, das ich nennst. Geh weg. Kannst du alleine machen. Na. Der will uns opfern. Was hat der vor? Da ist unsere Axt. Ich kann mich aber nicht bewegen. Scharf, scharf, scharf. Jetzt ist Zeit für Schlaf. Lehn dich zurück. Es ist Schlafzeit. Boah, Mann. Na, das wollen wir doch vermeiden. Jetzt ruft wieder Bendy. Oh mein Gott. Das ist Togin. Aber was kommt denn jetzt? Tinten-Dämon. Ach du meine Güte, es geht schief. Entkomme Bendy. Ah, okay. Ich schiebe natürlich direkt die Axt. Ha. Entkomme Bendy. Okay. Wir müssen irgendwie hier weg auch. Geht alle weg, ihr komischen... Hä? Da kommt einer hinterher. Oh mein Gott. Geh auf, mach das kaputt. Hau mal richtig. Ziel mal. Sind wir in Sicherheit? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube es eigentlich noch nicht. Ah! Rennen. Ach du Scheiße. Das ist... Ach, sind... Mein Gott, es wird immer dunkler. Da ist die Tür. Wie ist das denn jetzt? Oh, aber egal. Hauptsache wir sind in Sicherheit. Boah. Niemand da? Ups. Glock, Glock, Glock. Ach guck an. Der Boris. Alias Goofy. Kapitel 3 Aufstieg und Fall Verlasse den geheimen Unterschlupf Ja und Leute, ich denke mal, das war dann wieder für heute erstmal genug. Das zweite Kapitel haben wir also auch schon geschafft. Wir sind jetzt im dritten Kapitel angelangt. Damit machen wir dann beim nächsten Mal direkt weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht großer Spaß. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch hier vom Bendy keine Angst einjagen.